Sitten on the sidelines, you follow all the guidelines, you wait your turn, follow and live like I can analyze, my strength is like what life is like, a battle just like mine's that I say for blow the sidelines, but you still watch my blind side 500 Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich Ich war wieder außerhalb, scheiße BTF Ich hasse das, wenn man mit Camtasia aufnimmt Ich werde die Mauszeiger mal irgendwie rauspacken, ich glaube so reicht das Juhu ey, egal wo ich gezockt habe, da waren gar keine Items dabei, fällig Auf jeden Fall werden wir versuchen halt die 5500 Geht das schon los? Die 5500 Punkte voll zu machen jeder von uns, damit wir uns so einen Regenbogen Skin, sag ich mal so, einen Regenbogen-Typ kaufen zu können Und dann die Linie, die wir hinter uns her ziehen Das ist dann ein Regenbogen-Fahrer Ja, genau Und natürlich auch noch so andere kleine Sachen, die wir dann danach noch kaufen werden Aber natürlich ist erstmal unser Hauptziel, diesen Regenbogen-Skin da zu bekommen Und ja, jeden Tag um 18.30 Uhr wird es da von einer Runde kommen Es war jetzt nicht so ein Top-Spiel, aber wir hatten da einfach Lust drauf Und deswegen machen wir das auch einfach Welche Farbe wüsste? Ich bin orange Ich verstehe doch nicht, ne? Wie kann man denn so eine schlechte Verbindung haben, damit man noch nicht mal Scurvy was spielen kann? Verstehe ich ja gar nicht, ne? Was bist du denn? Du bist pink, ne? Ja Okay, dann muss ich auf dich da unten Acht geben Ach du heilige Scheiße Was ist denn heute, Jummi? Wärme, Junge Jetzt ist der zweite schon draußen Ähm, die Folge wird ungefähr immer halt so Oh, warte Oh, warte Warte, Junge Sagst du, sind eh nur noch wir? Ja, wie viele Items denn noch? Warte, warte Oh nein, scheiße, ich Idiot Bist du doof, ey? Wir hätten so viele Items einsammeln können Scheiße, Scheiße, Scheiße Was machst du denn, ey? Na, weiß ich nicht Aber wir sind einfach zwei schon draußen Ich weiß nicht, wie viele Runden wir machen Die Folgen werden immer so 10-15 Minuten gehen Warum bin ich? Der hat immer so Nein! Boah, ich hasse dieses Item, ne? Ohne Scheiße, ne? Es gibt kein behindertes Item Wir können denn schon zwei Leute direkt rausgehen Jetzt hat sogar der Blaue zwei Punkte bekommen Ah ja, weil erst der Grüne weggegangen ist, alles klar Dann bin ich Eiskalt Letzter Macht der Rote denn da? Was hat der denn da versucht? Okay, das Spiel könnten wir gewinnen Also, in dem Spiel könnten wir Erster und Zweiter werden Ja Wäre ein bisschen Letzter im Moment, aber Ja, aber ich meine, die zwei sind nicht da Und, keine Ahnung, der Rote war jetzt irgendwie, keine Ahnung, total dumm Ah, der Blaue ist ja nicht mehr da Dann machen wir das ganz normal so Nein, 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 nein Ach, du heilige Scheiße, hier werde ich leider elendig verrecken Ah, ist doch scheiße, ey, ohne Witz, ne? Nee, da bin ich echt elendig Letzter, ey Boah Und da solltest du gewinnen Weil der Typ da jetzt normalerweise Ah, der Gelbe scheint gar nicht so schlecht zu sein Der hat jetzt aber erstmal ein dickes Problem Und da ist er Ne, der sammelt echter Radiogummi ein Alter Okay, der kann jetzt eventuell ein bisschen hinbekommen Dann sammle ich ein Du kleiner Pisser Ja, wenn der jetzt nochmal einsammelt, dann Ei, 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 ei Und Tett hat andere Dinge einsammelt, dann bist du doch, oder nicht? Ja, wollte ich ja Achso Ne, das ist das gar nicht Das ist das gar nicht Ach, du Scheiße Junge, 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 Junge Jetzt wirst du gleich richtig schnell Guck mal, der andere Guck mal, der andere Okay, der ist natürlich das Gute, weil der halt kaum Linien zieht, ne? Alter, ist der langsam, Junge Jetzt hast du natürlich ein Hast du verarscht Natürlich, wenn du jetzt Durch die Lücke kommst gleich, eventuell Durch die ganzen Lücken wirst du durchgekommen, wäre das besser gewesen Aber hast schon gewonnen Loy Loy Okay Ey, der Gelbe ist gut, ey Naja, der Gelbe ist echt nicht schlecht, das muss man mal so lassen Der hätte Glück, der hätte Glück, der hätte Lass auf den Gelben gehen Wenn er hier lang geht, hat der schon mal verloren, okay Geht der nicht, dann machen wir hier mal dazu Dann gehen wir mal oben, und lassen wir den Lass ein bisschen Platz So, jetzt werden wir unsere Schlingenlinien Manchmal sind wir nicht so dumm, ne? Kenn ich Hoffentlich holen die sich da gegenseitig raus Nein, 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 nein Uuiuiui Den gelben fick ich doch. Ah, scheiße. Ah, ich wollte links lang gehen, ich wusste aber, dass der da lang kommt. Ja, wäre der eh durchgekommen. Ah, der gelbe ist echt gut. Der gelbe ist echt nicht schlecht, aber den roten sollte ich auf jeden Fall definitiv noch bekommen. Ich hab natürlich jetzt mal eine dicke Arschkarte gesehen. So, jetzt, Junge. Ja. Guck dir doch mal an, Alter. Du wirst schneller, du wirst schneller. Ah, ich Idiotenkind. Aber immerhin hast du jetzt gewonnen. Schade, wäre ich da fast durch die Lücke gekommen, wäre gut gewesen, ne. Alter, ich bin echt elendig letzter, ja. Aber wir den roten mal bumsen, ne. Na, Schnucki. Jawohl, der rote ist schon mal weg, sehr gut. Oh Gott. Leute, wo bin ich? Leute, Junge, ich bin links am Bildschirm, hast du das gesehen? Ja. What the fuck? Hä? Am besten, da ist einfach links und strich. Hä? Alles klar. Dann wollen wir den roten mal ficken. Ja, wir haben uns gegenseitig ausgenockt. Ja, das ist schon mal weg. Ja, super. Ja, ich bin eher gestorben als der, ne. Das ist halt da. Fehlerhafte Schiedsrichterentscheidung, sagst du. Nö. Ja. Da sind wir alle einsam. Komm, mach mich noch dicker, Bruder. Ja. Komm, den anderen auch noch. Jawohl. Richtig dicken dicker hab ich jetzt. Das eine war immer weg, und dann. Komm, Bruder, dann werden wir unrufhaft schneller. Okay, ich hab den schon mal angeholt. Ist er schon mal hat? Ja, guck mal, wie viel Vorsprung der schon hat. Obwohl, vielleicht knocken wir den jetzt mal aus den Kollegen. Na, Schnucke. Ja, da hat uns alles gewonnen. Jawohl, korrekt. Ich mein, ist eigentlich egal, wer jetzt gewinnt, ne. Der Bessere möge gewinnen. Echt, lol. Bei mir hat er so gelegt, ich hab gedacht, du wärst da voll gegen mich jetzt. Scheiße, da wollte ich überhaupt gar nicht lang. Ich hasse das, Alter. Boah, der war aber knapp. Ja, ich hasse das auch, war. Das ist echt eins der Bindersten items, auf die ich nicht klarkomme. Da wäre ich lieber langsamer, dicker, dünner, alles. Ja, dünner, vor allem. Ich mach hier oben zu. Ja, komm, Schnucke, mach ich halt hier noch zu. Schneller, den sammle ich extra nicht ein, obwohl. Ei, 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 huuuh. Ich musste dann einfach einsammeln, das ist so ne Verlockung, Alter. Ja, ne. Ja, das ist aber auch so, das ist einfach so. Ja, dann bist du aber auch schnell. Ja, Mann, okay, du bist schon mal erst. Jetzt auf den gelben, Alter, dann können wir noch zweiter werden. Da will er da auch einsammeln. Ach, Mann, Mongo. Warten, Mongo, dann machen wir erstmal die Tür zu. Ach, du heilige Scheiße, da hat er mich jetzt elendig verarscht. Das ist mir egal. Was, ein Hu- LOL, LOL, ich kam da durch. Oh, und ich hab da nicht gecheckt und ich kam da sogar durch. Alter, halt ich den. Ist aber auch gut, ne, jetzt hab ich scheiße gepostet. Boah, hätt ich den gebumst, wenn ich da langgefahren wäre, ne. Boah, hätt ich den gefickt. Hätt der Augen gemacht. Junge, Junge, Junge. Schade. Guck mal, hat der auf'n Glück hart, ey, die ganze Zeit. Der kommt überall, überall durch. Das ist kein Könner, das ist Glück. Eieieiei. Okay, der Rote ist schon mal draußen. Ich weiß noch nicht, was der Rote da gemacht hat, aber der ist draußen. Ja. Ja, Junge. Scheiße. Ich wusste nicht, links lang, rechts lang. Ich gewinn das. Immer mal schön auf den Geld. Uh, dazu. Da hab ich wohl die Arsch gerade gezogen, oder? Ah, Junge. Junge. Oh, Rote, mach doch da Rote zu, ey. Scheiße, 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 scheiße. Okay, der ist schon mal draußen. Beim, Junge. Hau rein. Boah, Junge, ich der Boss, Alter. Boah, wat? Junge, ich der Boss. Ja, jetzt hab ich verloren. Aber komm, wie ich da durchgekommen bin. Krass ist scheiße. Krass ist scheiße. Was schreibt der da? Why not with 100 people around me? Leggy. Ich bin ja deutlich in einer Runde. Das klar. So, mach's was, übertreiben. Ich denk mal, ich hab genug Platz gelassen. Ey, schneid dir deine Wege ab, jawohl. Äh, ich komm. Ja, ist klar. Ich komm, Bruder. Ich hab ein Problem. Ich hab ein richtig dickes Problem. Ja, aber guck doch mal, was der da gemacht hat. Guck dir das an. Genau, weil die scheiße Linie da aufhört hat. Jetzt hat der, jetzt wird der Rote wieder aufhört. Wohl, ich könnte den. Jo. Doch, du hast gewonnen. Ja. Next round, what the fuck? Jawohl, du hast gewonnen. Boom. Am besten, warum kriegst du so viele Punkte? 46, Alter. Ich weiß, ich da. Boss bin, steh doch da. Ich bin schon, weil er so viele Münzen hast bekommen. Zehn. Ja, ich auch. Wie viel hast du? 31. Ich hab 94. Oh, weiß ich gar nicht. 31, stand jetzt 31, 51, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ähm, Startgame, ne? Wie ich sagen. Ja, ein Geld raus. Ja, starten wir halt nur zu 5, ist mir auch egal. Frage ich mich, wie kann er 763 Punkte haben? Wie schlecht ist denn der? Ja, vielleicht hat er gerade angefangen. Ja, hast du 900 schon. Ne, mit 700 fängst du an, aber nicht. Weil mit 700 fängst du an? Als ob du jetzt dann jetzt schon 900 hast. Ey, du kriegst ja mal 17.000 Punkte. Ja, ich hab gerade 80 bekommen. Ah. Okay. Den Roten werden wir jetzt erstmal dickbumsen. So, tschüss. Obwohl, der kommt da eventuell eh lang. Na? Boah, du bist ein Hurensohn gelb, ne? Meine Fritz. Ja, was macht der Grünen denn da hin? Natürlich, ist klar. Sicherlich. Ja, solange ich wieder Dritter werde im guten Mittelfeld, ist mir das egal. Ja. Wir gehen auf Grün. Ja, da wollte ich jetzt lang. Jetzt gehen jetzt geiern sie alle zu dem Item. Ja, genau, Rot, ist klar. Ja, genau. Ja, kommt einfach durch alle Wände durch. Ja, hätte ich die Scheiße nicht eingesammelt. Aber ich hab gewonnen. Am besten alle fünf. Der Typ 0. Hier kann man nur noch keinen Punkt gesammelt haben. Dann geh mal weg von mir. Ich hab Angst vor dir. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Ah, der Grüne, der Affe, ey. Hab ich echt nur Punkte gesammelt. Scheiße, das ist der erste Punkt für den Rohr. Oh, da kommt der da durch. Ja. Ich hatte den Weg ab. Er war aber knapp. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt hast du verloren. Glück ab. Sehr gut. Okay, auf gelb, auf gelb, auf gelb, auf gelb. Okay. Übrigens, wenn ihr auch mit uns spielen wollt, dann schreibt es einfach die Kommentare und dann sagen wir euch einen Aufnahmetermin. Oder beziehungsweise, dann machen wir einen fertig und dann müsst ihr da einfach nur on sein und dann halt eventuell im Raum joinen. Aber bitte nicht so gut sein. Und bitte nicht so gut. Ja, das mache ich relativ. Aber eventuell, wenn einer oder, ja, bekommst du eh, liegt da, glaube ich, platzabhängig ist das hat ja eh nicht. Ja, komm, ich muss es tun, Bruder. Okay, ist jetzt nicht so schwer von da aus. Ey, bei mir hat er geleckt. What the fuck? Ne, mach mich doch nicht jetzt fett. Das war jetzt unfair. Okay, tun mir leid. Ne. Schade. Okay, wieder auf gelb, wieder auf gelb, wieder auf gelb. Wenn wir jetzt gelb schnell rauskicken, hast du einen erheblichen, beziehungsweise ein komfortablen Vorsprung. Ja, genau. Radio Gummi incoming, gelb schon draußen, wunderbar. Ah, den habe ich genommen. Den habe ich. Sauber. Auf grün. Ach du Scheiße, hat der mich erschreckt. Ey, boah, das Item muss ich... Achtung, falsches Dings-Item kommt. Doch nicht. Jawohl, nur noch wir beide. Boah, Junge, der hat luck von mir. Egal, sehr gut. Boah, da könnten wir erst noch ein Zweiter werden, ja? Alter, warum hat der rote S2 Punkte für den mich verarschen, oder? Sag mal, wir checkt ja nicht, wie das Spiel geht, oder so. Ich habe klar gesagt, der ist nicht so gut. Was ist denn los mit dem? Ja, was ist denn? Ja, was? Was ist denn los mit dem? Okay, gelb ist draußen, grün. Hm, was machen wir denn mit jetzt mit... Ui, 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 ui. Ich bin draußen. Fuck, wie dumm ich bin, ey. Ah, da kommt der Babou. Oben ist viel Platz, oben ist sehr viel Platz, habe ich dir gelassen. Grün müsste das aber eigentlich gewinnen. Okay, wenn du jetzt nochmal zurückgehst, ist das natürlich krass. Und dann willst du auch noch langsamer, ist das natürlich auch sehr gut. Ja, der kommt da nicht mehr raus. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja, jetzt kommt er da nicht mehr raus. Ja, sehr schön. Okay, der hat genauso viele Punkte wie ich. Jetzt muss man auf grün gehen. Jo. Wenn wir jetzt grün ficken, ist das eigentlich relativ richtig gut. Ey, ja, ja, da war aber ein Asser, aber schon den Gattel in Ose gehabt. Na, rot, alles klar bei dir? Ja, grün ist weg. Jawohl, wunderbar. Jetzt auf... Ja, okay. Lass mir Platz, lass mir Platz, geh aus noch. Ich geh hier lang, alles klar. Ich versuche Radium zu sammeln. Ja, dann kann ich aber nicht. So, meines Erachtens sollte der da nicht mehr rauskommen, oder? Ja, grün ist rausgegangen. Echt? Mhm. Okay. Jetzt müsste der gelb stehen. Ich hab gewonnen. Können wir rausgehen, ey? Ich verstehe das auch nicht, ne? Ah, doch, kein Bob mehr, alles gleich mehr weg. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Egal, jetzt auf gelb, Junge, das sieht doch richtig gut aus für uns. Boah, du Jude, Junge. Der ist so lecky bei dem Typen, weißt du? Der hat auch keinen wirklichen... Wie schlecht ist der rote? Weißt du, was macht der denn da? Ich wollte immer sagen, der gelbe war so lecky bei mir und dann ist der da... Hab ich gedacht, ich fick den, aber irgendwie war da nichts mit ficken. Nee, nix. Geh du oben lang? Dankeschön. Ich geh unten lang. Ja. Ich geh dann beim orangen außenrum, also da bitte nicht lang gehen. Ich hab den dick gemacht, normalerweise sollte der da jetzt nicht mehr dran vorbeikommen. Jetzt hat der auch nicht dick gemacht. Ach, du Scheiße. Jawohl. Ja, der rote ist doch keine Bedrohung. Dann siehst du, sag ich doch. Na, was geht ab? Pass auf, ich komm mal oben durch. So eine enge Kurve krieg ich nicht. Halt mal, ich boah, Spam, Junge. Ja, aber warum bist du denn auch pink, Junge? Kennst du die Fruchtzwerge, die so rot sind? Genauso siehst du aus. Ja, ne? Ja, ohne Witz, RPS sieht genauso aus. Okay, auf gelb, dann komm her, Schnucki. Ach, das war nice. Das war knapp. Ah, du bist gefickt worden. Vom roten. Na, da war ich doch das dümmste, was ich hätte machen können, na? Fahr mal gegen den. Na, rot, Bruder, da kannst du machen, was du willst, alles egal. Lass das gleich mal machen, wenn wir die einzigen beiden sind, die noch am Leben sind, versuchen, gegeneinander zu fahren. Gegeneinander zu fahren, okay. Ey, der rote hat gewonnen, ich fasse nicht. Der macht ja auch mal ein paar Punkte. Ich meine, der kriegt den gelb sogar da fast ein, jetzt. Lass auf gelb, lass auf gelb, lass auf gelb, damit er keine Bedrohung für mich ist. Wo bin ich? Ey, wo war ich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ey, ohne Scheiße, verpiss dich, Junge. Ja, Junge. Wer hat den dicksten Lümmel, Junge? Ich. Ja, der rote, der fickt sich eh wieder selber, pass auf. Ja, am besten nicht, war ich irgendwo, keine Ahnung. Scheiße, ich glaube, ich habe Kacke gebaut. Jetzt schau ich. Ah, Kacke. Alter, der fickt, der, was macht der Typ denn da? Ja, okay, aber der hat auch oben lang können und dann zum Beispiel, sag ich mal, hier so durch. Na, okay. Aber warum baust du Kacke, Alter? Klar, Kacke, mit Kacke bauen, mit Kacke bauen ist richtig cool. Scheiße. Ne, hab ich den erstmal dick verarscht. Okay, jetzt nur noch der Typ. Ich guck mal hier oben, dass ich hier oben so lange wie möglich durchhalte, damit wir gegeneinander fahren können. Okay, sehr gut, komm mal hier lang. Ja, okay, warte, ich nehme noch Anlauf. Fahr mal oben lang. Ah, wenn du so viel... Jetzt, jetzt komm, jetzt komm. Ey, warum hast du den jetzt gewonnen? Ja, weil ich den dicksten Lümmel habe, siehst du da da oben? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt dicker war, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber da würde mich echt gerne mal interessieren, warum man da gewinnt, ne? Oder wie man da gewinnt. Egal, ich habe den gefickt, ist mir egal. Wer hat den Punkt bekommen? Warum bekommt der denn jetzt den Punkt? Das verstehe ich manchmal nicht, ne? Ja, komm, rot ist doch keine Herausforderung für dich, alter. Watch on YouTube, ja, Junge, PNB Games, Junge, der geil. Boah, hast du gesehen, was der geschafft hat? Ja, weißt du, da macht der so eine Scheiße. Oh, was, 2 Millionen Subs. Weißt du, der ist auch, boah, was, Junge. Ja, PNB Games, das habe ich doch geschrieben, Junge, weil das ist ja dein Problem. Der denkt dann so, warte, Junge, ist ja mal Oberaffen-Titten mega geil. Oberaffen-Titten geil. Junge, geilste Wort, was den gibt, ey. Ja. Ich gehe unten, nimm ich den Platz, lass. Renziergummi. Ey, wie ist der andere denn noch nicht gestorben? Boah, boah. Ja, komm, gelb, ja, komm, gelb. Was ist das denn eigentlich für ein Bastard? Ich, ich fick den jetzt. Alter, der solltest auch. Oh, nicht, ich wollte den Channel schreiben und ich, YouTube, PNB Games, Junge. Ja, hast du gewonnen. Channel, YouTube. Hast du gewonnen. Badabam. 2 Runden, gehen 20 Minuten. 9 Münzen haben wir bekommen. Insgesamt habe ich jetzt 40. Ich habe 9 und habe 103. Insgesamt haben wir jetzt schon 40 Münzen. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und wie es euch gefallen hat, lasst einfach am besten eine Bewertung da oder so. Oder schreibt einfach drunter, wie geil ich bin. Du bist so behindert. Auf jeden Fall, morgen wieder 18.30 Uhr, jeden Tag jetzt, äh, beziehungsweise, ja, jeden Tag, äh, eine Runde Curve Fever. Ich meine, man hat das komische Hampfblatt da, was der eine da hatte. Ja, guck mal, wie toll er das ist. Ich stelle gerade nicht. Wir gucken auch einfach mal einmal in den Job, wenn ich wüsste, wie man da kurz reinkommt. Beziehungsweise, ihr könnt einfach selber gucken. Und, ähm, spend it. Wie toll er dann vielleicht ist. Da, tausend. Ach, auf der zweiten Seite ist das, ne? Tausend. Das machen wir auch noch, wir kaufen alles, kaufen wir alles. Wir spielen so lange, bis wir alles haben. Ich will halt Item Darkness haben. One power up to bring them all into darkness. Das ist richtig krass. Auf jeden Fall geht's morgen, äh, beziehungsweise jetzt jeden Tag, 18.30 Uhr, eine Runde Curve Fever. Bis morgen, tschüss. Tschüss.